Ey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Und Leute, heute hat weder Alpha für mich Zeit, noch hat Alty für mich Zeit. Und das heißt, ich muss anscheinend alleine Minecraft spielen. Aber da habe ich mir einfach gedacht, Leute, ich miete mir heute mal einfach ein Mädchen zum Minecraft-Spiel. Weil da bin ich nicht so alleine. Wenn Alty keine Zeit hat und Alpha keine Zeit hat, ist das halt echt traurig. Und Leute, ich bin halt so alleine gerade, auch wenn ich die ganze Zeit alleine in Quarantäne bin und so. Wie gesagt, deswegen habe ich gedacht, ich gehe mal auf so eine Seite, die heißt irgendwie EagleGG oder so. Da kann man natürlich einfach jemanden mieten. Und ich habe das einfach mal auf Spaß gemacht. Und da ist sie, Jule, was geht? Ah, was geht? Hi. Hi, was geht? Was machst du hier? Socken, mit dir. Ah, Mann, und wir spielen heute zusammen Minecraft. Äh, Jules Link ist auch in der Videobeschreibung, wenn ihr dabei vorbeischauen wollt. Und wir spielen heute zusammen Minecraft. Weil, wie gesagt, Alpha hat einfach keine Zeit für mich. Und Alty auch keine Zeit für mich. Sie bauen jetzt erstmal ein bisschen Holz ab und spielen jetzt gerade einfach mal so ein bisschen Minecraft. So, ich baue jetzt erstmal einen Baum ab. Was geht? So, Jule? Ja? Was geht? Alles, was zwei Beine hat. Ey, nein. Leute, Alter, was ist jetzt los? So, Alpha ist, wie gesagt, heute nicht da. Deswegen klappen wir jetzt erstmal hier eine Spitzhacke. So, da brauchen wir noch Steinchen. So, hier, Spitzhacke. Dann noch ein Schwert zu verteidigen, wenn irgendwas rumläuft hier. Ey, Leute, aber ich freue mich voll, dass ihr heute eine Mitspielerin einfach dabei habt. Das war doch nie so, Alter. Jule, voll cool, dass du heute mitmachst. Also, wie gesagt, wir haben Jule über diese Seite, ha, über diese Seite EagleGG gefunden. Und ja, da vorne ist auch schon ein Stein in den Baum. Wir haben ja mal ganz kurz ab. Und dann gehen wir auch gleich schon in eine Höhle rein. Aber wir wollen euch vielleicht Dias finden, das wäre mega nice. Das schaffen wir, auf jeden Fall. Ja, Mann, Alter. Jule, erzähl mal, was geht? Alles, was zwei Beine hat. Okay, Leute, wir haben heute noch weiter Stein ab. So, hier, Stein, Stein, Stein. So, jetzt habe ich sieben Steine. Und Steinspitzhacke haben wir, Leute. Und ich freue mich heute so auf das Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da und lasst ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut vielleicht mal bei Jule auf Profil vorbei. Könnt euch das mal anschauen. Also, Jule ist echt mega lieb so. So, ähm, wo bist du, Jule? Komm, ich geh mal los. So, zack. Und ich springe an die Bäumchen. Los. Was geht? So. Ich bin hinter dir. Okay, nice. Ich geh weiter. Runter. Oh, je, das ist ein Baum. Warte mal. Nehmen wir mal so einen Block, so einen Runterjob. Und zack. So. Weiter geht's. Okay. Wo ist echt meine Höhle? Da vorne ist eine Höhle, glaube ich. Jule, wo bist du? Ey, das sieht echt krass aus. Hast du schon eine Steinspitzhacke? Ich hab noch die Höhle, Spitzhacke. Oder Krass, ich geh kurz mal eine. Alter, der ist ja mega. Da ist ein Zombie. Was geht, Zombie? So, wett mit dir. Ich geb dem einen. Au. Au, der boxt mich. Hilfe. Achtung, pass auf hinter dir. Mach ihn fertig, Alter. So, nice. Okay, jetzt gehen wir mal hier runter, ey. Es ist mega dunkel einfach. Aber die sehen mega groß aus. Da vorne ist Kohle. Die baue ich jetzt erst mal. Oh, ich brauche dir noch ganz schnell ein bisschen Holz. Oh je, bevor ich da... Noch ein Zombie. Pass auf, Jule. Davon ist auch ein Creeper. So, warte. Die mache ich fertig. So, dir zeige ich's. Du hast gerade mich geschlagen. Oh, es tut mir so leid, Jule. Bitte, bitte. Es tut mir so leid. Bitte nicht sauber sein. Was geht? Oh je, Leute. Wir haben einfach Jule geboxt. Das war gerade echt ein Versehen. Das wollte ich ja gar nicht. Sie war noch ein bisschen Holz. Aber das brauchen wir einfach. So. Ja? Was? Für dich. Oh, wie süß, Jule. Danke dir, Alter. Jule ist so lieb. Die hat mir einfach gerade eine Blume geschenkt, Leute. Ja, für dich doch immer. So nett bist du doch. Ja, danke. Leute, das hat mir noch niemand gesagt. Einfach sagt mir immer, dass ich gemein und frech bin. Aber Jule sagt, dass ich lieb bin. Das ist echt toll. Was geht? Zombie, aufpassen. Ich bin ein Creeper. Loll, was? Creeper? Aua. Oh je, die müssen wir fertig machen. Zah, haut drauf. Haut drauf. Haut drauf. Nein. Alter, Jule, pass mal auf. Was geht bei dir? Hier ist Eisen. Wo? Was ich mache. Und Zombie gerade fertig. Der kriegt eins auf die Mütze von mir. So. Zack, zack, zack. Zombie ist gleich down. Wo ist Eisen? Kohle abbauen erst mal. So. Zack, zack, zack. Kohle abbauen. Oh, da ist Eisen. Ja, stimmt. Nein, ich habe die Fackel abgebaut. Schade. So. Ach, nein. Ich habe ja noch. Drei Eisen. Wir kriegen... Wir finden noch Diamonds. Ich sage es dir. Ja, Mann. Ich hoffe mal. So, das ist auch ein bisschen Eisen. Nice. So. Achtung, das ist ein Skelett. Echt? Und dann... Ja. Oha, Alter. Geh weg, Skelett. Alter, das ist ja mega gemein. So. Okay, wir gehen jetzt mal hier in die Höhle rein. Es ist zwar ein bisschen dunkel, Leute, aber ich sehe ein bisschen... Da ist eine Witch. Oh je. Und Co-Webs. Oh, Creeper, die explodiert gleich. Achtung, 3, 2, 1. Boom. So. Skelett-Aid, hier zeige ich's. Ey, hier sind so viele Mobs, Leute. Das ist mega gefährlich. Da, Termine. Oha, wir haben eine Scheibe. Oha, das sind so viele Mobs. Das sind so viele Mobs. Jule, wo bist du? So, also. Jule, jetzt sind wir hier in der Höhle. Bisschen wir ein bisschen weitergehen. Ey, das ist mal gerade mega gefährlich, die Situation da mit denen. Also, der Meinschaft, der war irgendwie zu gefährlich. Da habe ich gerade echt keine Lust drauf. Mich hat echt gerettet. Also, ich wäre beinahe... Ja, ich wäre beinahe... Ey, das ist heftig. Aber, Leute, ich habe einfach gerade vergessen, aufzunehmen. Was geht? So. Hier noch Eis abbauen. Wir brauchen unbedingt einfach noch kurze Eisenspitze. Da ist Gold, Jule. Was geht, Gold? So. Ja. Warte, ich crafte gerade den Ofen. So. Ofen-Craft. Da, ich brauche noch Koppel-Stone dafür ein bisschen. Den farmen wir kurz mal. So. Koppel, 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 Koppel-Stone. So. Abfarmen. Nice. Wir haben gleich neun Stück. Brauchen wir dafür, glaube ich. Ja, ja, neun Stück. So. Oder acht. So. Hier, Ofen. Bisschen Eisen rein. Wir brauchen echt viel Eisen. So. Keiner mit. Ich habe noch zwei. So. Was hast du? Ich habe noch zwei Eisen. Ich habe es in den Ofen gemacht. Nice. Wir brauchen aber noch einen zweiten Ofen, dass es schneller geht. Sonst sind wir hier irgendwie noch zwei Tage da. So. Kraften. Ofen 1. Ofen 2. Ey, Leute. Das sind mega viele Öfen einfach. So viele. So. Eisen raus ein bisschen. Hier in den Ofen rein. Hier. Hier rein. So. Oh. Wir sind Holz rein. Was ist passiert? Ich bin gerade schwimmen gegangen. Hilfe. Oh je. Ey, was ist bei dir passiert? Was geht? Ich bin Bahn gegangen. Warte, soll ich dir helfen? Wir haben hier Blöcke. Danke schön. Jule, was ist los mit dir? Komm schon wieder hoch. Was geht? Ey, du musst echt aufpassen. Ja. Ich wollte ein bisschen warten hier. So, warte. Eis. Jetzt kannst du dir auch eine Spitzhacke craften. Eine Eisenspitzhacke eigentlich. So. Spitzhacke gecraftet. Und jetzt brauche ich hier erst mal Gold ab. Nice. Das ist so viel Gold. Jule, gib dir das mal. Wow. Wow. Stell dir doch vor, was wir damit alles machen können. Ist so, ey. Wir können uns voll viele Fortnite-Coins noch verkaufen. Also wie Bugs. So, wir gehen mal weiter. Oh, ich muss die Öfen mitnehmen. Die darf ich ja nicht vergessen. Die brennen ja immer noch. Stimmt. Weißt du, sonst musst du ja nochmal neu craften alle. So. Abbau. Was geht? So. Hier noch die Crafting-Table mitnehmen. Und den habe ich jetzt dabei. So, wir laufen mal weiter. Okay. Oh, hier ist ja eine riesengroße Schlucht. Pass auf, beim Runtergehen. Das könnte echt gefähr... Also, es sieht halt gefährlich aus wie noch was, ne? Immer aufpassen. Oh, das ist Gold. Echt? Wo? Wo ist das Gold? Da, rechts, bei der Lava. Oha. Ja, wirklich. Jule, du hast echt so richtige Adler-Augen. Ich habe das gar nicht gesehen. So, warte. Ich muss ja noch mal Blöcke rein. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir hier Diamanten sind. Ey, das wäre so nice. Ich habe so Bock, Dias zu finden, Leute. Wir sind immer besser geworden. Früher habe ich keine gefunden. Und mittlerweile finde ich eigentlich fast jedes Video sogar Dias. Das ist so krass. Boah. So, warte. Jetzt fahr doch das Gold ab. Ja, das ist echt nice. So, hier. Gold. Achtung, pass auf. Was? Oh, nein. Hilfe, Jule. Oh, nein, nein. Ich habe es geschafft. Pass auf, das sind zwei Creeper. Oh je, da ist auch ein Skelett. Oha, ist es stark. Noch ein Creeper, den stoße ich in die Lava. Oha, Alter. Alter, du hast mich gerade gerettet, eine Spinne. Jule, pass auf. Du bist bei dir bei mehr Mobs. Oh je. Oh je. Oha, Jule, du bist ja eine richtige Heldin. Du hast mich gerade echt gerettet. Ich hätte das nicht ohne dich geschafft. Und das sind Dias. Leute, wir haben Dias gefunden. Oh, mein Gott. Ja. Es war nur einer. Echt jetzt? Alter, was soll das? Was ist das für eine Höhle? Wir finden einfach Diamanten und dann ist es nur einer, Leute. Ich glaube es ja gar nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber egal, Leute. Wir haben einfach Diamanten gefunden. Ey, Jule, dank dir habe ich Dias gefunden. Guck mal, wie viele Zombies da kommen. Wir müssen flüchten. Lauf, lauf. Wir müssen laufen, okay? Oh nein. Wir flüchten jetzt einfach hinter die Labe. Dann kommen die Zombies gar nicht erst hinterher. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir leben. Wir können das. Wir können das echt schaffen. So, komm, es ist doch hier. Zack, zack, zack. Hier ist auch ein bisschen Gold. Das gönnen wir uns doch dazu, würde ich mal sagen. Das ist doch hier. Abbauen. Ey, das war gerade zu krass, wie viele Zombies da einfach gekommen sind. Aber ja, Leute, ich würde mal sagen, das war es mit dem Video. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, schaut bei der lieben Jule auf Profil vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis da, und tschüss. Tschüss. So, Leute, nochmal. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr gerne bei der Jule vorbeischauen auf dem Profil. Der Link ist in der Videobeschreibung. Die freut sich. Da bestimmt, wenn man da mal drauf schaut, also wenn man auf sowas Lust hat. Klar, also man wusste es nicht mögen so. Aber ich fand es eigentlich ganz witzig. War eine ganz lustige Erfahrung. Echte lustige Aufnahme mit Jule. Das hat mega viel Spaß gemacht, mit der Jule Minecraft zu spielen. Also nochmal ein Lassen Like da. Lassen ein Abo da. Und wenn es euch gefallen hat, schaut bei Jule auf Profil vorbei. Schaut bei Alpha oder IT vorbei. Die freut sich auch immer über ein Abo und ein Like. Oder, ja, wenn ihr die Videos schaut. Bis dann und tschüss.